Was, was war das jetzt hier? Wart mal, erstmal hier. Geil, Tuch. Ein Arsch. Es ist ein Arschthron. Ich sitze gerade auf einem Arsch, im wahrsten Sinne. Hä, was für ein geiler Thron, ich will den zu Hause haben. Wie gemütlich, dieses, oh, Backe auf Backe, ist so bequem. Oh, was ist denn hier los?